Hallo und herzlich willkommen zu einem diesmal wirklich ganz besonderen Video. Ich sitze hier im Auto mit dem Erik. Moin. Und wir waren gestern Abend bei Markletieri in Amsterdam im Bimhuys, was wahrscheinlich Baumhaus heißt. Sehr, sehr geile Live-Location. Kann ich nur empfehlen. Und wir haben es uns auch vorher und nachher in Amsterdam richtig gut gehen lassen. Wir waren gut essen, haben danach noch so eine Amsterdamer Pommes gegessen mit Trüffelmajor. Das war radios. Also wenn ihr geile Pommes wollt Amsterdam. Leute, das ist einfach. Mannequin Piss. Mannequin Piss heißt der Laden, genau. Und ja, ich habe halt so, als wir waren ziemlich früh da und ich konnte mir in Ruhe den Markletieri sein Pedalboard angucken und sein Equipment. Und habe gedacht, das interessiert bestimmt einige, weil das sind dann auch, nachdem wir uns dann irgendwie hingestellt haben, einige hin und haben sich das ganz genau angeguckt. Und ich habe gedacht, vielleicht wollt ihr mal aus der Nähe das Ganze sehen. Ich blende dann auch mal ein Bild vom Pedalboard unten ein, dass du das siehst. Ich werde dir aber jetzt einfach mal die einzelnen Effekte im Detail vorstellen. Ich habe die nämlich alle jetzt hier im Auto recherchiert. Und wir können dann nachher auch mal zusammenrechnen, was das alles kostet. So ungefähr zumindest. Ja. Okay, fangen wir mal an. Die Amps, die ihr spielt. Das waren zwei Fender Twin Reverb. Ja, zwei Stück. Die spielt er, soweit ich das sehen konnte, in Stereo. Und die Dinger sind sacklaut, sack schwer und kosten 2.100 Euro das Stück. Davon hatte er hinter sich zwei Stück stehen. Und als Mikrofon zur Abnahme hatte er zwei SM7B von Shure. Die erkennt man natürlich sofort, wenn man die sieht. Also die genaue Signalkette kann ich euch leider nicht sagen, weil ich nicht genau gesehen habe, wie die Kabel verbunden sind. Ja, das konnte ich nicht so genau feststellen. Er spielt auf jeden Fall seine Signature-Gitarre, die Magdeteri Fiore von PRS. Und er hatte auch eine Bariton-Gitarre, die habe ich aber nicht gefunden. Wahrscheinlich für ihn extra gebaut, auch von PRS. Die ist, glaube ich, eine Quinte oder eine Quarte tiefer bestimmt. Er war sich da auch nicht so sicher, als er das gesagt hat. Komischerweise. Genau. Aber besprechen wir mal ein paar Pedale. Ich habe hier euch eine Liste bei Thomann gemacht. Das ist auch eine Affiliate-Liste. Wenn ihr davon was kauft, kriege ich ein paar Prozente. Aber es ist halt auch eine schöne Übersicht einfach, wo man das alles wunderbar sehen kann. So, ich mache das hier alles auf meinem Handy, deswegen es dauert vielleicht ein bisschen. Wir sind halt im Auto. Er sagt zwar 5G, aber das hat nicht unbedingt was zu heißen. Okay, fangen wir einfach mal an mit dem, was jetzt gerade schon auf dem Bildschirm ist. Und zwar als Phaser, und das spielt er im Clean Sound öfter, so funky, spielt er einen MXR M290 Phase 95. So ein Mini-Pedal ist das. Und das kostet 139 Euro. Also Phaser. Das ist im Prinzip der Van Halen Phaser, der Van Halen auch auf der Airruption benutzt hat. Diesmal in klein, damals war der viel größer und halt schön nachgebaut. So, nächstes Pedal. Habe ich mich ein bisschen gewundert, aber es ist das TC Electronics Plethora, was ich letztens getestet habe für euch. Oder ist es schon online, Erik? Ist glaube ich noch nicht online. Ist noch nicht online, wird aber online kommen. TC Electronics Plethora, geiles Gerät. Ich habe die X3 Version getestet, also mit drei Slots. Er hatte die X5 Version, die ich bei Thomann nicht mehr gefunden habe, komischerweise. Aber eigentlich müsste das noch geben. Und das hat alle möglichen Effekte drin, also Delay, Reverb. Da er kein Reverb-Pedal hatte, nehme ich mal an, dass er das Reverb davon genommen hat. Delay-Pedal hat er auch ganz, also Delay und Reverb hat er davon genommen, inklusive Tap, Tempo und im ganzen Gedöns. Chorus wahrscheinlich auch, genau, weil er hat keinen Chorus auf dem Board mehr. Und ja, es hat er sehr oft darauf rumgetappt und hat auch das Stimmgerät aus dem Plethora benutzt, um seine Gitarre zu stimmen, was er manchmal machen musste. Gut, also das ist das Plethora. Dann hatte er, das fand ich sehr interessant, einen Digitec Drop. Und das war auf minus fünf eingestellt, oder minus sieben. Er war sich ja wie gesagt nicht mehr so sicher. Er hat das irgendwie nicht so genau sagen können. Und da hat er einen Song gespielt, einen sehr geilen Song von einem seiner Deep Session Albums, wo ein Gast-Solo von Steve Lucas da drauf ist. Und da wollte er das Solo halt mit einer normal gestimmten Gitarre spielen, also nicht mit der Baritongitarre. Und hat dann die Bariton-Parts mit dem Drop gemacht. Und das klang auch ganz gut. Nicht so geil wie mit der Baritongitarre, aber immerhin ziemlich geil. Ja. Und er hat mich ziemlich gewundert. Ja, also Digitec the Drop. Das findest du auf so vielen Pedalboards. Das gibt's nicht. Also das ist ein absoluter Verkaufsschlager. Also was das macht, das stimmt halt die Gitarre runter. Bis minus zwölf, glaube ich. Und das macht das ziemlich gut. Also bis minus drei. Ich hatte das mal getestet beim Kumpel. Bis minus drei spürst du das kaum, dass das ein Pedal macht. Das ist ziemlich geil. Auch für Drop Tunings. Also nicht Drop Tunings, sondern wenn du mal ein Standard D spielen willst, ohne die Gitarre umzuseiten oder umzustimmen. Geiles Pedal. So, dann hat er kein Vava-Pedal gehabt, was mich auch sehr gewundert hat. Sondern er hat die Vava-Effekte aus einem Kili Monterey geholt. Kili Monterey. Sagt die Beschreibung hier. Fass, War, Harmonic. War, Vibrator, Rotary, Octave. Ziemlich viele Sachen. Fass-Section-Regler für Level und Fass. Mod-Section-Regler für Level, Octave, Depth und Rate. Und dann gibt's einen Kippschalter zum Schalten zwischen Rotary, Vibe und War. Modulationsmodi. Und er hat bei den Funky-Sachen schon sowas gespielt, was wie in Wahr klang. Das war wahrscheinlich dann das. Ja, auch sehr geil. Kili Monterey kostet halt 389 Euro. Das ist halt schon ziemlich krass. So, jetzt hier aufs Handy guck, habe ich gerade gesehen, kriege ich voll das Doppelkinn. Leute, ihr solltet mich mal ein bisschen fett schämen, weil ich bin zu dick, ich muss abnehmen. So, dann hat er ein Dunlop DVP-3 Volume Paddle. Das ist ein sehr hochwertiges Volume Paddle für 179 Euro. Aber was macht das? Macht einfach laut und leise. Wo er das hatte, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, er hatte es vor der Verzerrung. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es kann auch nach der Verzerrung gewesen sein. Wie gesagt, Signalkette konnte ich nicht 100% nachvollziehen. So, dann ein Picktronics Octava Micro Paddle. Und zwar ist das kein Octava im üblichen Sinne, was die Oktave nach unten macht. Sondern hier steht analog Octave Up, regelbarer Low-Pass-Filter und Frontend Drive. Also auch wieder so eine Art Fass mit Oktave nach oben. Damit hat er so krasse Sounds gemacht. Ich glaube, das hat er benutzt, als er Solos auf der Bariton-Gitarre gespielt hat. Da hatte er nämlich so einen ganz krassen Sound. Der klang so ein bisschen wie so ein Keyboard. Wenn ihr euch wundert, das war gerade eine Brücke. Also, dieses komische Licht hier gerade. Gut, nächstes Pedal. Genau, da kommen wir jetzt schon zu der Stromversorgung. Und zwar nimmt er ein Strymon OJ. Und ja, das hat fünf Paddle-Outs. Manche hat er dann mit zwei Kabeln verbunden. Und damit hat er sein Board mit Strom versorgt. Das war auf dem Board drauf. Und er hat kein richtiges Paddle-Board, so mit Schienen und so. Sondern er hat einfach so eine... Also, es sieht genauso aus wie die Schneideplatte in unserer Küche. So ein Stück Plastik, wo er einfach alles draufgepappt hat. Ja, also es ist komplett flach. Irgendwie, keine Ahnung, ein Zentimeter hoch vielleicht. Einfach nur so ein flaches Ding, wo er alles draufgepappt hat. Wahrscheinlich, weil es dann einfacher im Koffer zu transportieren geht. So, und dann ein paar Sachen, die gab es nicht bei Thomann. Deswegen muss ich jetzt mal hier Tabs wechseln auf meinem iPhone. Ich glaube, das wichtigste Element tatsächlich sein Signature Pedal. J-Rocket Audio Designs, heißt die Firma. Ja, bauen sehr geile Paddles. Auch Billy Gibbons ist da zum Beispiel Endorser. Das ist sein Signature Drive. Das heißt, J-Rocket Audio Designs, The Melody Drive. Das hat einen Equalizer mit sechs Bändern, mit so Schiebereglern. Man erkennt es sofort, wenn man es irgendwo sieht. Kostet 135 Euro und klang ziemlich ordentlich. Ich fand jetzt relativ ähnlich dem Andy Timmons Overdrive, was ich habe. Und das Andy Timmons hat da noch zwei Gainstufen und das finde ich auch ziemlich geil. Es hat halt nicht diesen krassen Equalizer mit sechs Bändern und 18 dB plus minus. Also das ist der hauptverzerrte Sound, den er benutzt hat. Außer halt diesen Fuzzles und so. Dann Pedal, was er glaube ich nicht anhatte. Ich bin mir aber nicht sicher. Und zwar ist das J-Rocket Audio Designs Hot Rubber Monkey. Und das ist ein Amp in the Box. Hier steht D-Style Amp in the Box HRM Mod. Das ist im Prinzip eine Simulation eines cleanen Marshalls. Und ich gehe mal davon aus, dass er das spielt, wenn er keine Amps kriegt und über die PA spielen muss. Als Ersatz für die Amps. Ist aber jetzt nur geraten. Genau kann ich es euch nicht sagen. Aber das wäre ein Gerät, was das eigentlich macht. Also im Prinzip wie so ein Amp Modeller. Wie so ein Strymon, wie heißt das Ding. Von dem gibt es auch einen Amp Modeller mit drei Sounds. Oder von UAD, diese Fender Simulation, Box Simulation und so. Sowas. Gut, und dann das letzte Pedal. Dann sind wir durch. Der Kompressor. Und den gibt es überhaupt nicht in Deutschland zu kaufen. Ich habe ihn nirgends gefunden. RAF Custom Effects by FX Engineering ist die Firma. Und das Ding heißt RAF Mirage Kompressor. Ja, wenn ihr einen guten Kompressor sucht, der von OnePlus Spitze. Und ganz ehrlich, der von Donner. Ihr werdet mich jetzt auslachen, wenn wir jetzt hier über diese Boutique-Effekte sprechen. Aber der Kompressor von Donner ist Weltklasse. Ich wollte ihn mir noch nachbestellen und er ist ausverkauft. Vielleicht gibt es ihn bald wieder. Aber das wäre so eine Alternative. Weil das Ding ist extrem schwer hier zu kriegen. Musst du wahrscheinlich auf Ebay importieren aus USA. Ja. Insgesamt war der Sound geil. Wir waren ein bisschen am Rand. Was ein bisschen schade war, weil wir nicht direkt die Einstreuung hatten. Und da war die Gitarre ein bisschen zu leise. Weil halt DPA strahlt halt wunderschön in alle Richtungen ab. Aber die Gitarren-Amps, die vorne die wahrscheinlich richtig schön erwischt haben. Und den Mixer auch. Haben uns nicht so gut erwischt. Und deswegen war die Gitarre leicht zu leise. Aber mal meckern auf hohem Niveau. Sound war gut. Ja. So. Und das war das Paddleboard vom Markletieri. So. Ich hoffe, dass das Audio bei dem Video einigermaßen erträglich ist. Ich werde es wahrscheinlich auch nochmal über meine iZotope RX Suite jagen. Und wenn dir solche Videos gefallen. So Special-Videos, Roadtrip-Videos und so. Dann schreib mir doch was darüber. Ob du mehr so Videos sehen willst. Oder ob du denkst, naja, lieber im Studio mit der geilen Bildqualität. Und der besseren Soundqualität und so weiter. Ansonsten habe ich dir ja öfter mal das Paddleboard vom Markletieri reingeschnitten, dass du siehst, wie die ganzen Dinger aussehen. Und du hast die Liste von Thomann und ich linke die anderen Effekte auch unten drin, die es nicht bei Thomann gibt. Ansonsten vergiss nicht, Daumen hoch. Und Erik nochmal, danke fürs Fahren. Ich hoffe nicht, hört den Podcast. Genau, hört unseren Podcast. Wir haben gestern auch eine Folge aufgenommen über unseren Roadtrip. Und du findest Links zum Podcast immer in der Beschreibung unten drin. Ansonsten Kanal abonnieren, Glöckchen drücken und mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Hmb Striker Hmb Striker